Ja, ich nehme ihn auch wieder auf. Bei mir läuft er auch weiter. Ich habe in deiner Abwesenheit schon gesagt, schick mir trotzdem bitte alle schon mal dann die Audio-File nach dem Podcast zu. Muss aber nicht heute sein, kann auch im Laufe des morgigen Tages sein. Du musst bei mir nur gucken, falls du das verwenden willst. Also ich habe die bei Audacity pausiert, als wir Pause gemacht haben. Ja, habe ich auch. Bei zweieinhalb Stunden und ich lasse dieselbe Datei jetzt einfach weiterlaufen. Ja, ist okay. Habe ich auch gemacht. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit erst rausgefunden, dass man das überhaupt machen kann. Ich auch. Ja gut, Sascha ist entschuldigt. Du jetzt nicht so, Rick. Das habe ich denn irgendwann bei einer Monotyp-Folge, glaube ich, mein erstes Mal benutzt. Du bist doch noch komplett neu im Business. Ach so, ich bin komplett neu im Business. Ich dachte, jetzt kommt ja, wie in der allgemeinen Gesellschaft, denn die Alten, die haben es nicht so mit der neuen Technik. Ja, nein, Lehrer, die müssen auch erst mal damit klarkommen. Ja. Da hat mir am Sonntag meine Oma ganz stolz erzählt, da hat sie letzte Woche ihr erstes Selfie gemacht. No. Und dann wahrscheinlich in so einem Umschlag, als Dina 4 um Ram verschickt. Du, Ricardo, muss ich das so ausdrucken oder schicke ich das jetzt so ab? Oh boy. Boy. Das fand ich aber schön. Ja, ist doch cool. Ja. Oma ist sowieso toll. Das stimmt. Da geht kein Tag, an dem ich nicht an meine denke. Oh ja. Die wäre jetzt dieses Jahrhundert geworden. Ey. Hm. Okay. Warte mal, dann kann ich auch meine Lichtverhältnisse jetzt ändern, wenn ich den Key da weggemacht habe. Okay. Ja, ihr nehmt gerade alle auf? Jawohl. Sehr schön. So, dann zweite Runde, willkommen zurück. Vielleicht schneide ich es auch, je nach Länge, mache ich vielleicht doch zwei Videos draus. Mal gucken. Weil Aufmerksamkeit Spannel ist nicht unbedingt die beste von einigen Leuten. Einfach in 5 Minuten Parts. Genau, in 5 Minuten Parts. Genau. Aber selbst die werden dann häufig nur zur Hälfte geguckt. Das stimmt. Also, so Klickrate, dann steht da so, hier, durchschnittliche Wiedergabe dauert 9,4 Sekunden. Das ist echt immer maximal die Hälfte, egal wie lang. Ja, also, ihr seht es hinter mir, ich habe jetzt aufgrund der Lichtverhältnisse, wie gesagt, ich werde das noch ausprobieren, den Key-Effekt weggenommen, aber macht ja nichts. Es gibt halt nur ein paar sensible Dokumente, die hinter mir stehen, deswegen, die dürfen nicht in der Webcam auftauchen. CIA und so, ja, ja. Ja, natürlich. Und NSA hast du vergessen, ne? Ladies and Gentlemen, we got them. Okay. Wir haben die erste Hälfte, ich sage jetzt mal Vollschabe Hälfte, ich weiß nicht, wie lang das wirklich ist, mit einem kompletten Best-Of beendet. Genauso wollen wir auch wieder einsteigen. Und zwar mit dem Mario Galaxy Best-Of. Oh, das war auch geil. Auch von Gabi. Zusammengeschnitten. An der Stelle möchte ich mir gleich sagen, da es ja seinen Kanal nicht mehr gibt, oder beziehungsweise er nicht mehr dort auf diesem Kanal Best-ofs produziert. Ihr seid gerne alle, die das hier anhören, anschauen, angehalten oder auch eingeladen dazu herzlich natürlich, Best-ofs oder auch nur Clips. Das ist so ein typischer Lehrerfloskel, ne? Ihr seid alle, liebe Schüler, ihr seid alle dazu angehalten, auf Seite 47 die Aufgaben 3 bis 18 zu erledigen. Ne, tatsächlich, bei Schülern verwende ich den Imperativ, weil wenn du den Schülern nämlich die Möglichkeit für eine Wahlmöglichkeit darstellst, dann sagen sie, nö, mach ich nicht. Ja, schon verloren. Ja, deswegen, also da sage ich dann, ihr schlagt jetzt Seite so und so auf. Bitte. Genauso wie, was wir auch in dem Podcast haben, so kann ich auf Toilette? Ja, ich weiß nicht, ob du kannst. Ja. Das sind typische Lehrersprüche, ne? Oder können sie die Lösung sagen, bitte? Dann habe ich auch gesagt, okay, Lösung bitte. Dann hättest du denn aber sagen müssen, die Lösung bitte. Habe ich ja auch, dann die Lösung bitte. So. Dann muss ich auch gerade wieder an 9 Live denken. Oh mein Gott, ja. Hey, das Beste ist, was war auch noch so ein schöner Ausrasser bei 9 Live bei Max Schradin? Börter mit Glas und dann der eine, der viermal anruft, zum viertenletzten Mau-Penis. Und dann rufen wir uns. Und diese Frau. Und dann rufen wir uns. Und du machst wieder einen Moderator, wenn sich denn einer meldet, dann sagst du, zugeschlagen, Lösung bitte. Ja. Und dann, wie heißt das, Alfred, der siebenmal durchkam oder sowas. Ja, genau. Ja, ist auch so geil. Da hatte hier Niklas auch so geschrieben, so zugeschlagen, Lösung bitte. Ja. Moin Mox, hieß der Alfred. Er ist 50 Euro, mehr will ich haben. Okay. Ach ja. Also, nein, bevor ich von Dave so charmant unterbrochen wurde. Entschuldige vielmal. Natürlich. Ich nehme deine Entschuldigung an, mein Lieber. Vielen Dank. Setzen 6, nein. Also, warte mal, wie war das Symbole mit dem umgekehrten Dreieck? Das war die 6. Vietnam, Flashbacks und PTSD. So, also, jederzeit gerne könnt ihr ein Best-of erstellen. Schickt mir dann einen Link. Vielleicht machen wir dann nochmal in Zukunft irgendwie was so mit Reaction da drauf. Ich meine, ich bin nicht so unbedingt der Fan davon, da waren nur Reactions zu machen, weil ich finde, das ist halt einfach schnell und einfach gemachte Videos. Deswegen ist es ja auch hier dieses Special. Ja, deswegen ist es dieses Special. Nein, ich habe mir trotzdem noch ein bisschen was dazu gedacht. Wir geben ja auch ein bisschen Hintergrundinfos. Aber, wie gesagt, gerne. Ich bin immer wieder erfreut, wenn ich sowas finde. Eine Compilation. Ich habe das nämlich von Germi auch damals eigentlich immer nur per Zufall im Nachhinein gefunden. Ich wusste das gar nicht, dass der von mir Specials gemacht hat, um das mal auch darzustellen. Aber, wie gesagt, wenn ihr macht, geht derzeit gerne. Von mir aus auch von den langen Sachen. Das Geier mit den fast 200 Parts, Arkham Knight mit 200 auch was. Ja, gibt ja so die Haft. Und dann nicht sogar auch ein Best-of zu deinem Musical Mario Bros. Let's Play. Ja, ja, genau, genau. Aber, wie gesagt, ich habe mir jetzt trotzdem ja eine Auswahl rausgepickt, weil bei fast 60 Projekten hätten wir sonst hier morgen noch gesessen. Und wir schauen uns also ungefähr ein Drittel an. Wie dem auch sein, hier ist das Mario Galaxy 1 Best-of mit... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge heute nicht mehr. Bevor wir starten, würde ich dazu noch sagen... Ja, Erik? Das ist das Let's Play mit den meisten Gast... Gästen auf... Moment, ich sortiere gerade die Buchstaben. Mit den meisten Gastauftritten. Ich glaube, es müssten fünf oder sechs verschiedene Gäste dabei gewesen sein. Steve Frillis, Pest War, Eze, Moe, The Spear Guy und du warst auch dabei. Ja, stimmt. Und, und... Das war das erste Let's Play, wo ich mitgemacht habe. Ja, stimmt, ja. Okay, los geht's. Nein, heute bei Super Mario Fantasy, ich bin's wieder eurer F***. Ich bin auch heute nicht alleine, nein, ihr hört ihn im Hintergrund lachen, mein Freund F***. Aber, ich muss noch sagen, ein bisschen muss ich bei ihm noch mal an Michael Mittermeier denken. Wir sind der Vorstand der F***-Freunde Köln und machen diesen heute in allen Ehren. Herzlichen Glückwunsch. Eins, zwei, drei, drei. Das Geilste ist jetzt bei diesem Opening, ich habe diesen selben Fehler bei drei Gästen hintereinander gemacht. Willst du die Begrüßung machen? Ja, meine Idee. Weil ich habe immer meine Uhr vergessen, bereit zu legen. Eins, zwei, eins, los. F***. Oh! Aber jetzt bin ich nicht. Ich habe kein Bild. Ich habe kein Bild. Ich habe kein Bild. Ich habe mich einfach Mo überhört habe. Ich habe kein Bild. Tritt bei euch ja nach Pause? Ich habe ja nach Pause gemacht, weil Itza meinte, er hat kein Bild. Nein, Itza hat das zitiert. Mach weiter. Ich glaube, es gibt wieder einen neuen, neuen Fan-Fast. Ach, der kam nie mal ab. Ach, meine Mutter hat auch noch einen Auftritt. Komm, den Doktor ist. Ich klingt nur super, wir sind nur damit mitgezogen. Ich grüße euch. Komm, willst du das Publikum grüßen? Sag mal, ich grüße euch. Ich weiß jetzt, wo der Kopf dieser Eigenschaft. Ich hatte 2014 noch keinen obligatorischen. Meine Mutter ist in der Aufnahmepart. Den habe ich eben abgeschlossen. Du musst Kindern was in den Maul stopfen, damit sie was öffnen. Wenn jetzt doch irgendein Gegner drankommt, der aussieht wie die B**** Nase. So ein B**** sinken im Tisch. Da war wieder die Anspielung an den Moderator von Sunshine. Der war uns kampfleifte gar allein. Dieser Running-Gag, den sehen wir jetzt auch gleich nochmal woanders, wo der herkommt. Gell, Eze? Oh ja. Oh ja. Das war auch eine Sache. Nein! Der Schinke-Spalter, helle Knapp. Was ist das eigentlich, dieser Schinke-Spalter? Äh, das war eine Anspielung an einen homosexuellen Pest. Pest nennt die immer Schinke-Spalter. Ich weiß aber nur nicht mehr, wen wir gemeint haben. Der ist doch nicht besiegt. WTF? 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 Ja, ich glaube, ich weiß wen, aber ich will es jetzt nicht ansprechen. Hölle, Hölle, Hölle! Wohne, ist das schwer? Äh, ja. Also es hat ein S***er-Ziehen auch nicht geschafft. Ey, wir sind solche Lächter-Mäuler, das gibt's überhaupt nicht. S***er-Ziehen. Ja, vor allem nur Piep. Ja, ist halt so. Nein, 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 nein! Den Podcast-Körb, den du hochgeladen hast, so viel Gepiepe. Ja, ja. Ja, ich lass dich mal weiterkommen, es hier nicht gehen, aber tschüss, Leute. Alles klar, tschau. Nein, 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 nein. Ja, ja, ich bin wirklich vom Mikrofon weggegangen, vom Headset. Ich hab's laufen lassen, bin einfach rausgelaufen. Mit dem Schlag mich. Ach komm, schlag mich. Ja, Ente und seine Ossis. Wollte, warte, ich sterbe gleich vor dem ersten Hit. Ja, Two Worlds. Du stirbst schon im Ente. Ja, ne, ich bin ja gehackt worden, also spiele ich's ja sowieso nicht. Ja, gut. Pass auf. Stimmt, du wolltest auch mal gehackt. Ich dachte, haben wir alle besser. Ich muss synchronisieren nicht. Okay, ist der Junior. Ja, ist der Junior. Ja, in der Fabrik muss man ja am Fließband arbeiten, damit kenne ich mich ja aus, ne? Ente, ne? Fließband-Let's-Player. Wieso macht das in Ostmark? Guck mal, das finde ich sehr lustig. Mach mal ganz kurz Pause, warte mal. Ganz kurz, ganz kurz, hierzu. Das war The Spear Guy. Ich habe, glaube ich, in diesem ganzen Podcast-Rückblende noch kein Video drin gehabt, wo er mitkommentiert hat. Und ich finde das sehr lustig, dass einige gedacht haben, eine Zeit lang, Itze Hichel wäre The Spear Guy. Und ich weiß nicht, sagt euch The Seeking Guy etwas? Ist der Name euch ein Begriff? Ne. Der hatte, das war auch ein YouTuber, das war einer der ersten, der, glaube ich, in Full HD Videos gemacht hat. Also auch wirklich ganz früh dabei, ne? Ist, glaube ich, auch nicht mehr so aktiv. Und der hatte auch so eine kleine Gruppe um sich herum, so feste Let's-Player-Kollegen. Und einer von denen hieß Tornum. Mit Tornum hatte ich ja ein bisschen zu tun. Den gibt es ja auch nicht mehr. Und Tornum hatte sogar eine ähnliche Klangfarbe wie Spear Guy. Und jetzt kam es, ich habe dann auf diesen Kommentar geantwortet, wieso sagst du denn, Itze Hichel hat einen neuen Kanal? Und dann dachte er, ja, Itze Hichel war doch erst Tornum und jetzt ist The Spear Guy. Also ich finde das so geil, dass einfach einer gedacht hat, Itze Hichel hat drei Persönlichkeiten, die alle zeitgleich zu dem Zeitpunkt auf YouTube aktiv waren, ja? Die heilige Dreifaltigkeit. Ja, ich wollte... Ich habe meinen Erbsenstern bekommen. Erbsenstern? Noch drei Stück verleiht sogar allelei. Ich bin vorhin noch Sankt-Igitzen. Nach Rassau. Afroamerikanischer Humor mit Migrationshintergrund. Den selben Spruch habe ich bei Mario Galaxy 2 auch gebracht. Oder mit Pigment... Genau, mit Pigment-Störung. Muss man ja heutzutage aufpassen wegen Political Correctness. Ich weiß nicht, warum der gegen YouTube-Parte ist. Die Bemelze hat einen. Itze, wir reden hier über deinen Lieblings-Letsplayer, ne? Noch einmal. Sau, ja. So wie ist sie irgendwie so, ne? Ja, Mario schlägt ihm gerne auf den Schwanz. Feng Shui. Er hat aber auch einen enorm großen E-P in die Saal, da legt mich am Arsch. Ah, you E-P, das ist was huge. Ey, ich weiß noch, wie wir das zu... ...geschrieben haben, ey. Ah ja, Mann. Ich kann stolz verkünden, dass ich nach zwei Wochen schon über 1000 Abonnenten habe. Ja, danke, du Wichser. Sap for Sap, du Hure, gell? Nee, Fred for Sap, Mann. Ihr wisst sogar mittlerweile, wer hier gemeint ist. Wir haben beim letzten Podcast drüber geredet. Das ist so viel Name-Dropping in diesem Let's-Play-Geladen. Ja, die Zensur-Arbeit. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr. Und ich kann euch eins verraten. Assassin's Creed Brotherhood hat es Onkel Mori geschafft, diesen Rekord zu brechen. Mit welchem Zensur-Arbeit hat es Anni eigentlich gebracht? Wegen Resident, oder was? Weiß ich nicht. Ja, ja, Resident-U war immer so. Ich mein, das war sowieso, oder? Der Aussie-Rage, Deluxe. Verdammte Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Bestplan wieder weg hier. Halo-Galaxy ist aber zum Glück nicht schon hier. Ja, ja, ja. Ach, Eze, jetzt und wieder mit seinem Thema Bierernst. Du, was sind bei Minecraft in 4K auf, Alter? Ich versteh's nicht, Mann. Wie er sich hier durchdreht. Ja, Alter, das sind solche Leute, die denen bei Facebook einen eigenen Status leiten. Das sind die, die sich nach dem Wichs auf die Schule klopfen und sagen, gut gemacht, Kerle. Weiß? Ja, meine Finger sind so fickig. Weiß? 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 Ich liebe diesen Dialekt. Einen Sportgang beginnen? Mhm. Ich hab mich dann immer ab, ich mach nur Quatsch. Mein Karl, der Große war auch nicht groß, ne? Ja, und so ein gewisser ***. Ich weiß nicht genau, was ich da gesagt hab. Zu böse, wiederhol ich jetzt nicht. Ja, genau. Äh, Falco? Was? Da geht's darum, was er vorsieht, was man saufen soll, wenn man sich ins Koma trinken will. Fängt schon so an. Whisky is good, but wine is bad. Ah, Suicide Solution von Ossi. WTF? Für den Moment dachte ich, ich hätte LTF hier gerade als Gast. Ganz ehrlich, dann könnte er mich auf D abonnieren. Wer war das Voice of the North Wind, gell? Genau, Jakob. Zum Guten. Oh, wenn du mal drauf kommst, ja, super. Ja! WTF? Oh, nein! Nein! Ich wollte schon sagen. Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was warst du denn da? Keine Ahnung! Es ist, als ob du mit Absicht da rein rennst. Oh, überall diese Vögel. Oh, diese Viecher. Oh, ich mach's gleich alles, diese Viecher. Das war immer irgendein Zuschauer, der hat mir gefragt, äh, warum hat Itzehichel einen neuen Kanal aufgemacht, das ist, das ist, das ist, das meine ich. Das ist, das ist, das ist, das meine ich. Das gibt's doch nicht! Zwei Centimeter, die ist geil! Sorry. Oh, es geht ja schon wieder los! Ich habe nicht Itzehichel dabei, denn Itzehichel ist gerade mit Oma Sharif Erbsen zählen gegangen. Bei Andi Leipzig. Ich habe dabei... What? Was ist denn jetzt passiert? Da war doch Gravitation! Ich bin jetzt... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Guck, 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 guck! Wow, wow, nein! Ich bin in diesem Let's Play so aufs Runter gefallen. Ja, kann man nicht mehr zählen. Na doch! Es ist aber weniger gewesen, als bei Road to Nowhere. Du musst zu dem Loch. Will er sich jeder? In der Spruch! Was zum Teufel? Das war ein Glitch! Ich bin vorwärts gesprungen, der ist rückwärts geflogen! Das war kein Glitch. Übrigens, wer das jetzt bei mir gerade schaut, ich empfehle sowieso Steve's Let's Play, weil da habe ich bei vier oder fünf Parts mit kommentiert. Und ich habe natürlich... Oder will ich es nicht empfehlen? Da will ich es nicht empfehlen! Ich habe so eine V-Mode mit so einem Ganzkörper-Kondom. Nein! Was mache ich denn? Was war das denn? Ohhhh! Oh boy! Oh boy! Don't be good, be better! Komm, jetzt muss ich gucken, du sag was! Ich bin... Schnell noch was zum Abschluss. Ahhhh! Ja! Alter! Oh man! Sehr schön! Ja! Also, man merkt... Ich finde das Thumbnail auch geil halt, ne? Mit dem FSK ab 18! Ja! Man merkt halt... Sehr passend! Echt, von wem ich meine Art habe! Aber... Das ist eine super Frau! Meine Mutter! Also, ich denke, wenn man dieses Best-of gesehen hat, hat man schon so einen guten Ersteindruck, was einen eigentlich auf meinem Kanal erwartet. Ja! Das ist so... Genin Kirby in der Nutschale! Ja, ist halt so! Genin Kirby in der Nussschale! Ja! Seriös kommentieren geht zwar bei mir auch, ja, sobald zum Beispiel, wenn das Spiel es auch hergibt, so wie DSX, ja, okay, wobei, da habe ich auch ein bisschen rumgeblödelt. Vor allem... Aber, äh, hier bei Jump'n'Run, deswegen finde ich es ja immer toll, auch sowas zu bringen, weil da kannst du halt einfach nur die Sau rauslassen. Ja, da kannst du gut labern, ne? Vor allem, ich sehe gerade hier, das Thumbnail ist ja im Großformat und da ist bei dem, äh, Ypsilon ist da irgendein Schattenfehler drin, ne? Ja! Ich auch! Ach! Auf jeden Fall sehr unterhaltsam! Ähm... Wenn, wenn man nicht unbedingt was mit Jump'n'Run anfangen kann, aber ich glaube, dieses Let's Play muss man mal gesehen haben. Allein, äh, die Partie mit, äh, den ganzen Gästen, die machen das auch schon wert. Dass wir uns die... Jo. Mhm. Definitiv. Definitiv! Irgendwann mache ich noch so einen Kanal, glaube ich. Ja. Definitiv. So ein Wissenskanal denn einfach. Eigentlich echt machen, ne? Ja! Wissen macht ja! Definitiv! Wie kam denn überhaupt drauf? Und dann, und dann, und dann im Hintergrund, und dann im Hintergrund... Das war Serbisch! So! Ja! Komisch! Ist aber so! Genau! Armin! Ja, äh, äh, herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren an die Maus auch an dieser Stelle übrigens! Ja! Äh, ja! Definitiv! Auch meine Kindheit bin auch wieder aufgewachsen! Ich find's halt auch toll, dass es das immer noch gibt! Ja! Ach, Armin ist einfach nur gut! Wie meinst du mit dem, wie kamst du einfach drauf? Ach so, mit deinem Namen, oder was? Äh, ja! Äh, das war ganz lustig! Ähm, äh, ich hab... Irgend... Ich wollte einfach nur mal aus Jux und Sollerei irgendwas nachschauen! auf Google, und dann hab ich irgendwann auch mal Vlog Dave eingetippt! Und dann, zwei, drei Einträge unten drunter, kam, äh, diese... Es gibt ja dieses YouTube-Wiki-Pedia! Aha! Und da steht dann halt gleich am Anfang dran Vlog Dave auch bekannt als... Und dann stellt er dann Vollname! Und das Lustige ist, und dann bin ich auf der Seite weiter rumgeklickt, und hab tatsächlich einen Eintrag von mir gefunden! Also über mich gefunden! Ach! Der ist zwar nicht ganz, ganz korrekt, auch nicht ganz aktuell, aber wer immer den da erstellt hat, der hat gute Recherche betrieben, weil der wusste sogar meine Examsnote! Hä? Okay! Das ist das Geilste! Das fand ich... Auf der einen Seite fand ich... Aha! Auf der anderen Seite fand ich's creepy, weil, äh... Ich hab das, glaube ich, äh, ich hab... Und den, 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 den Podcast, der kam erst danach online, ne? Und... Sascha, Nachname nicht bekannt! Ja, ja! Ich find aber auch cool, dass bei deinem Eintrag, äh, drinnen steht Dave, also, dass da Custom überhaupt erwähnt wird! Da steht denn drinnen, neben seinem YouTube-Kanal betreibt er seit 2017 den gemeinsamen Podcast Custom mit seinem YouTube-Kollegen Superflashcraft! Genau! Custom! Genau! Hast du nur mit... The Cast! Hast du nur mit Carsten los! Da unten? Ich still, ich tauche in deinem ja auch auf! Bei mir? Ja, ja! Ja! Das war eigentlich das Beste, da steht drinnen auch irgendwie, ich würde auch immer Podcast mit Onkel Mori machen! Der war einmal vor fünf oder sechs Jahren in dem Podcast! Ja, war ein Podcast! Ein Podcast! Und D3-Podcast! Sascha als Autor! Cool! Das find ich auch, das find ich auch interessant! Wer immer das da reingehauen hat! Ich, ich, ich... Woher weiß die Person, dass du allein im Pandemie-Jahr 2020 mehr als 50 Fantasy-Romane gelesen hast? Das stimmt ja nicht! Ich hab 63 gelesen! Aber, äh... Sind ja mehr als 50! Sind ja mehr als 50! Ja! Aber ich, ich, ich tippe auf eine Person! Äh... Der heißt SuperGannonLP! Der hat mich 2011 abonniert! Das ist mein loyalster Fan! Der ist... Der hat unter jedem Batman Arkham Origins Video eine Statistik geführt! Zum Beispiel, wie oft ich im gesamten Let's Play bisher gestorben bin! Wie oft ich in dem Part gestorben bin! Wie viele Gegner ich in dem Part ausgeschaltet habe! Wie viele Gegner ich insgesamt ausgeschaltet habe! Wie viele Gegner ich über... Via Stealth ausgeschaltet habe! Auch pro Part und im ganzen Let's Play! Ich tippe sehr darauf, dass der das ist! Weil egal, immer wenn ich was Neues mache! Er ist auch immer der Erste, der alles kommentiert, liked, favorisiert, bewertet, was auch immer! Man sieht aber nicht, wer es gemacht hat, glaube ich! Ja, das sieht man nicht! Auf deiner Seite! Das fand ich auch sehr, sehr gut! Den Entschluss zur Gründung seines Kanals passte er, während er einen Bart nahm! Ja, aber... What the fuck? Also... Das fand ich auch so geil! Das gibt irgendwie bei jedem YouTuber... Aber das stimmt! Das war ein geiler Eintrag! Vor allem, das klingt halt, als wäre die Person einfach dabei gewesen! Wenn du grad am Bahn warst und dann so... Ich hab da nie Idee! Ich hab das, glaube ich, mal ein, zwei Mal in irgendwelchen Videos erwähnt! Als ich da... Also Dave, wir sind so Fame, wir haben Stalker! Ja, total! Was ist das? Total! Pass auf! Ich find auch sehr schön, dass... Jetzt kommen wir mit dem Fame haben ich dann! Ich find aber auch schön, dass Custom auch einfach zu deinen Kanälen mitzieht! Ja! Ja! Da gibst du nicht mal einen Quereintrag oder Verweis zu Rick! Nein! Das heißt dann... Ja, äh... Also so liest sich das! Dave hat das gegründet und Rick hat er dann als Teilhabe da reingeholt! Ne? So hört sich das an! Also, wenn man nach Superflash-Crash sucht, dann taucht immerhin Vlog Dave und GenKurby auf! Ja! Für einen eigenen Eintrag hat's noch nicht gereicht! Weißt du was, Rick? Dann schreib ich mal einen für dich! Geil! Kann man die editieren? Kann man die selbst schreiben? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht! Ich würde mal gucken! Also, hey, guck mal dann... Das ist so, wie bei Wikipedia, dass, glaube ich, jeder irgendwas verfassen kann! Was das Lustige ist, ich hab dann, ich hab das, äh, als ich das gefunden hatte, ein oder zwei Tage danach hab ich auf Twitter geschrieben, äh, an meinen Stalker, der meinen Wikipedia-Eintrag gestellt hat, da sind nicht alle Sachen richtig und woher hast du diese, diese Informationen, ne? Erst keine Reaktion! Und tatsächlich, die Betreiber von dem, äh, ähm, Wikipedia, die haben meinen Twitter-Beitrag auch geliked! Ah! Aha! Also, äh... Uff-Basse! 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 Wenn man die editieren kann, werde ich vielleicht auch mal das anpassen, weil ein paar Sachen stimmen nicht! Ich lese, hab auch klassische Literatur gelesen in der Pandemie, ich hab nicht nur Fantasy gelesen! Und ich vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, das werde ich aber auch noch bei meinem Literaturkanal sagen, ich mach das so wie dieser Daniel B. Green, ähm, ich, äh, teile auf zwischen, was ich, äh, als Hardcover-Version lese, was ich als E-Book lese, was ich als Taschenbuch lese, und, äh, ich hab auch ein, zwei, äh, Hörbücher komplett angehört, letztes Jahr. In der ungekürzten Fassung. Mhm. Aber danach die Bücher noch mal gekauft, weil ich es ja noch mal lesen wollte. Weil ich ja... Einfach nur wieder vergessen. Ne, ne, nicht, auch nicht vergessen, sondern einfach damit es auch besser im Gedächtnis bleibt und weil ich halt die, äh, Fortsetzung dann halt alle auch nur lesen wollte, aber, äh, Audiobooks verwendet hab, um den Autoren besser kennenzulernen. Wir driften aber schon wieder ab, wir schweifen ab, Leute. Ähm, machen wir ja nie hier im Podcast. Wir können uns speziell vom Thema abschweifen. Ja. Gut, äh, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, äh, jetzt bei Projekten angekommen, ähm, die starteten zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt, gingen aber meistens immer ins nächste Jahr mit hinein, klar auch durchs Studium. Ähm, ich geh mal grad trotzdem durch, was ich so 2016 auch beendet habe und, äh, was wir uns dann davon auch noch anschauen, beziehungsweise, äh, welche Projekte jetzt hier noch auftauchen. Ähm, ich hab auch noch gemacht, ähm, also die God of War Reihe hab ich bei Ascension angefangen, ne, es lief immer nebenher auch in God of War Teil. Deswegen hab ich die jetzt nicht explizit alle genannt. Äh, ich mein, es gibt auf meinem, äh, YouTube-Kanal ja diese Excel-Tabelle, die man aufrufen kann, da hab ich in der Reihenfolge hingeschrieben, welche Projekte wann, äh, beendet, äh, sind. Ähm, ich hab, äh, ähm, auf meiner YouTube-Startseite, ähm, gibt es ja, wenn ihr, äh, auf der Seite, äh, äh, unten einen Reiter, da steht letztes Mal bei Gen Kirby. Und, äh, im Prinzip ist die Liste so angeordnet, dass das, was als letztes abgeschlossen wurde, also nicht was startete, sondern abgeschlossen wurde, dann auch ganz vorne in dieser Playlist auftaucht. Ja? Ähm, äh, also zum Beispiel, das letzte abgeschlossene Projekt war jetzt Batman Arkham Knight. Das ist da, ne, äh, Metroid Assassin's Creed 2. Das ist da als erster Eintrag dann zu sehen. Und dann Arkham Knight und so weiter. Ähm, bevor es also ins erste Exams her ging, kamen Projekte wie, dann noch Deus Ex Human Revolution, Gears of War Judgements, weil ich dann auch irgendwann mal die 360 nachgeholt hatte und mit der Gears-Reihe anfangen wollte. Hitman Contracts, Crash Bandicoke 1 haben wir vorhin geschaut. Battleblock 4. Wieder ein paar God of War teile. Auch ein Projekt, was ich auch sehr interessant fand, habe aber jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht unbedingt noch einen, äh, schönen Clip gefunden. Aber, ähm, auf meine Startseite, auch daher nochmal der Verweis, ähm, ich finde meine 10 besten Projekte, die habe ich in den Reiter gepackt Best of Ganon Curvy. Wer eigentlich auf meinen Kanal neu stößt oder vielleicht auch schon länger dabei ist und sagt, hm, das könnte ich mir jetzt vielleicht als nächstes Mal geben. Ich finde, diese 10 Projekte stellen so die Creme de la Creme da. Da taucht nämlich auch folgendes Spiel auf, auch wenn wir uns jetzt keinen Clip anschauen. Catherine. Weil ich fand, das war ein sehr interessantes Spiel, dieses Puzzle-Pseudo-RPG-Dating-Simulator-Ding. Hast du so dieses Catherine Full-Buddy irgendwas? Full-Buddy ist jetzt das Remastered. Ich habe noch die Original-Fassung gespielt, weil da gab es noch nicht die Remastered-Fassung. Ähm, ich werde mir vielleicht mal irgendwann Full-Buddy anschauen, weil es einen neuen Charakter gibt und, äh, im Prinzip, ähm, gibt es 3 Stunden mehr Spielmaterial jetzt. Achso, die Story ist ein bisschen erweitert worden. Neben Mario Galaxy, ein langlebiges Projekt ging auch zu Ende, das war das Gaia, äh, Hour of Darkness. Das war deswegen auch häufiger unterbrochen, weil man immer wieder grinden musste, weil du musstest ja für den End-Boss, für den regulären Story-End-Boss schon alleine um Level 700 sein. Ähm, Jaiba Ninja Gaiden Z, weil ich auch ab und zu mal solche abgedrifteten Sachen mag. Ähm, ich wollte Far Cry 4 Let's Playen. Ich habe es, glaube ich, abgebrochen, weil es unspielbar war. Äh, weil es sowas von verbuggt war. Ich konnte keine Mission starten. Irgendwann werde ich mal vielleicht Far Cry 4 nochmal von vorne bringen. Ähm, es war übrigens die PC-Fassung, weil, äh, der, äh, Nubi Zwiebelsoft Support, der hat sich da Monate Zeit gelassen, mir zu antworten. Und dann war ich im Urlaub und dann haben sie das Ticket einfach geschlossen, weil ich nach 48 Stunden nicht geantwortet habe. Aber sie selbst haben sich fast vier Monate Zeit gelassen, ja. Ähm, GTA Online, wir haben ja das Highlight schon angeschaut. Outlast lief, Batman Arkham Origins, also seit 2013 lief eigentlich immer ein God of War Teil und ein Batman Arkham Teil. Weil ich auch, äh, alles immer voll ausreize. Äh, Hitman Blood Money war dabei. Mittelerde Mordor Schatten, mein erster Blind, äh, bei einem 100% Run. Und, 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 jetzt kommt's. Äh, da schauen wir uns gleich das nächste an, weil dann gehen wir nämlich jetzt auch schon gleich in 2017 über. Rayman Origins, auch mal als Jump Run mit sehr guten Parts von, und mit, äh, Rick und Eze auch. Aber, für mich auch ein Highlight und deswegen steht's auch in den Top 10 meiner besten Let's Plays. Äh, Sleeping Dogs, Uncut, mit allen DLCs, 100% Run. Und dazu habe ich sogar zwei Clips, dazu habe ich sogar zwei Clips mitgebracht. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass, äh, es keine Fortsetzung gibt zu, äh... Kommt vielleicht irgendwann mal, ne? Nein, das, äh, sie haben's eingestammt. Es gab ja eine Planung, dann gab's die Stride Wars. Square Enix hat gesagt, fertig. Finde ich sehr schade, finde ich sehr schade. Es hatte sehr viel Potenzial und die Story war auch geil. Ja. Also, es gibt ja viele, also ich, ich mag Open World Spiele, ja. Ähm, einer der künftigen Curbcast, ähm, äh, Podcast, vielleicht sogar schon der nächste. Reguläre, den wir im April machen, äh, wird sich mit Open World Titeln beschäftigen. Ähm, und, äh, ich liebe zwar dieses Genre, aber auf der anderen Seite finde ich, dass viele auch eine, eine, mittlerweile eine ziemliche Krankheit haben, neben, äh, Zwiebelaufgaben. Haha, looking at you, Ubisoft, ähm, tröpfelt bei einigen die Story manchmal irgendwann so vor sich hin. Die fängt stark an, dann ist der Mittelteil sehr schwach und dann ist Ende hin wieder gut, okay, abwechselnd. Ja, aber bei Sleeping Dogs, bei Sleeping Dogs war die Story durchweg, äh, fast pacing und, äh, sehr spannend, weil du immer, immer, ähm, äh, abgewartet hast, fliegt jetzt Vaishans Cover auf oder nicht. Ja, es ist ja ein Undercover Cop, der sich bei den Triaden hocharbeitet, um die Spitze zu stürzen, ja. Mhm. Und, ähm, ähm, es, es fand ich glaube ich sehr interessant, weil er auch irgendwann wirklich in so ein Konflikt gerät, ein Dilemma gerät, äh, bin ich denn jetzt noch Cop, wenn ich das mache oder nicht. Ja, weil er musste ja trotzdem, äh, um die Tarnung aufrechtzuerhalten auch oft Gesetze brechen. Nichtsdestotrotz kann man auch so ein Spiel schön zertrollen. Und wie das geht, zeigen uns Ezehichel und Pestmo. Ich hab zwei Clips für euch. Gleich. Wir gehen einkaufen, Ezehichel und ich gehen einkaufen und dann kommt's. Hier gibt's ne Weiße und ne Orange, ne Baseballmütze. Willst du, soll ich davon eine anziehen oder bei Gelb bleiben? Nee, dann find ich doch die Helle, äh, besser. Die Weiße? Genau. Ja, ist klar. Mal Gelb, ey, das haut einem so die Augen irgendwie weg. Oh, guck dir mal die Sonnenbrille an. Wieso scheiße? Das Beste kommt gleich, ich krieg alles geglischt. Achtung. Machst du denn da? Hä? What? What? Was? 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 Oh mein Gott. Ich hab den Typen gegriffen und wollte das mit ihm machen, was ich eben gemacht hab. Und auf einmal war ich immer in der Stadt und dann unter der Stadt. Oh mein Gott. Da find ich auch so schön, so schön den Kommentar von Ecischl. Alles, alles kriegt er kaputt, dieser Curb, alles. Auf jeden Fall jedes Spiel. Was? 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 Auf jeden Fall kriegst du jedes Spiel kaputt. Jedes Spiel, ja. Äh, eine andere Stelle die ich rausgesucht hab natürlich. Äh, wenn Passwort dazu kommt, wird's natürlich nicht immer so political correct sein. Aber, umso lustiger sind dann auch seine Eskapaden. Aber ich hab hier den Namen Sir Glitcherlord echt, äh, verdient. Wir sind ja wieder... Oh, dieses Intro war auch so episch, weil er sagt dann, willkommen zurück bei Watch Dogs. Und ich sag's nur, es ist wahr. Aber Sleeping Dogs... Schlieb in Box. Schlieb in Box. Bei irgendeiner anderen Stelle, die hab ich jetzt nicht rausgesucht. Äh, weil das wär sonst zu lange geworden. Äh, da sagt er noch, äh, gibt's hier nicht irgendwie so ne, äh, Fortsetzung, äh, so ne türkisches DLC, Sleeping Olums oder sowas. Aber, was jetzt gleich folgt, ist auch sehr gut. Das ist wieder typisch Pest. Eine Frage, wie ich nicht wegwischig werde. Ich mein, ich esse so Reis, äh. Naja, pass mal auf, hier ist Humoringa und so, ne. Wenn du da drüben fett bist, da bist du voll der Mann von Welt, ohne Scheiß. Da kriegst du die ganzen... Da bist du Mann von Welt, wie ey, mit Grafik von echter Welt, äh. Ja, ohne Scheiß, das ist so. Ich weiß, also, ja gut, da drüben, ich würd er eh nicht wohnen wollen. Überleg dir mal, da ländst du eine kenn, zwei Jahre später rennst du dich von der und jede sieht aus wie der Ex. Das ist doch furchtbar. Die sind doch alle gleich aus. Moment, Moment, Moment. Warte, es kommt noch einer von mir. Das größte Problem ist erstmal, äh, je nachdem wo du bist, du weißt gar nicht, ob das auch wirklich ne Frau ist. Ja, klar. Aber, baumel da ohne was raus, hände die Scheiße. Äh, scheiße. Wenn du, wenn du so einer deinen Eltern vorstellt, ja hallo, das ist meine Freundin, hat einen größeren Riemer als ich. Geil. Ja, scheiße. Dieser Dialekt aber auch so gut so. Ja, der Dialekt und dieses Trockene beim, äh, bei dem Ganzen. Ja, weil das Beste ist halt echt, Pech hatte immer so ne, so ne, äh, Eigenschaft, der haut einfach die Sprüche so komplett trocken raus. Mhm. Ja. Und dann die anderen fangen erstmal anzulachen, der bleibt erstmal voll serious, ja. Der meint das so, wie er es sagt erstmal, denkst du dann. Äh. 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 Schon geil. Äh. 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 Also, wie gesagt, ähm, ich kann euch echt alle Videos empfehlen, wo Pace vorkommt, aber generell, generell, äh, sowieso einige Projekte und auch, äh, alle anderen Gäste natürlich auch. Ähm. 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 Weil, und jetzt kommt's, ich hab, äh, Ende 2016, und dann, äh, mit ins Exams hier rein, ähm, mit der Assassin's Creed Reihe begonnen. Ähm. Hab zwar bisher jetzt nur zwei Teile gemacht, aber der dritte Teil steht schon in den Startlöchern. Ganz wichtig, äh, nach diesem ganzen Special hier gibt's noch einen Teaser für Assassin's Creed Brotherhood mit, äh, Onkel Mori. Ich hatte drei Stunden Aufnahmen mit ihm im November. Und, ähm, ich glaube, er hat echt einen neuen Rekord aufgestellt, wie oft ich innerhalb von einem Video zensieren muss. Aber, äh, wir haben uns irgendwann gegenseitig hochgeschaukelt, weil wir, äh, dann beide mit sehr bösen Witzen und Sprüchen auch angefangen haben. Exklusiv, für euch könnte ich ja einen, äh, kann ich ja einen bringen, das wird dann auch auszudiert. Das geht dann schon in so Richtungen wie, einerseits, ähm, äh, how do you get, äh, äh, one million followers? Das geht jetzt. Das geht leider in dem ganzen Team so. Aber trotzdem ist, äh, ist es auch lustig mit ihm. Und, äh, Brotherhood. Brotherhood habe ich jetzt schon 50% aufgenommen. Wird ein lustiges Projekt. Ihr drei hier seid natürlich auch gerne eingeladen, äh, irgendwann auch mit zu kommentieren, ne? Ja, mit dem neuen Mikro auf jeden Fall dabei. Alles klar, weiß Bescheid. Aber, dass Ezehischl die, äh, Gabe hat, äh, Assassin's Creed zu zertrollen, das stellt er jetzt gleich mit dem besten Running Gag, den er da losgedreht hat, mal unterweilen. Ach, er wird mir ein bisschen rumgezwibelt. Ja, jetzt geht das Zwiebeln los, bei der Reinge. Das ist ein Wachen. So, jetzt. Ich muss eine Bürgermission machen, man muss ab und zu eine Assassin's Creed Bürger retten. Mel barberolge passt. Ich erklär elles dir einfach mal für den Zuschauer. Das ist genau wie damals in der DDR, da hat man das auch noch gemacht. Ich hoffe, ich geh jetzt nicht mehr bis zum Contact. Eh, R2, oder? Das Problem ist, wenn man vorab aufnimmt und dann später wieder in ein Spiel reinsteigt, hab ich keine Ahnung mehr, wie die Stellung ist. Ich weiß es, ich war gerade von uns nicht mal, aber... Okay... Warte mal, ich hatte dich mal kurz... Du merkst, ich bin die Bürger da reden... Jetzt, jetzt kommt's gleich. Jetzt sehe ich uns bester Running Gag aller Zeiten. Ist das Oma Sharif? Warte mal, die Klappe! Wo ist denn meine Erbsen, Mensch? Jetzt ist... Dir ging's mir genauso wie Dave damals mit David Villeneer. Versuch dich zusammenzureißen. Und Eze macht nur Scheiße. Alter, ihr habt aber grad ein bisschen bedrückt geguckt. Nicht die Erbsen. Kauf, wenn du gutes Obst. Hier ist auch ein Beispiel... Dafür, dass ich heiser wurde durchs Lachen. Und das Beste ist, ich habe noch zwei Szenen aus dem selben Video. Weil der Running Gag wird jetzt hier losgetreten von Eze Hieschel, dass wir alle Erbsen brauchen und das alles aus der DDR mitbringen. Und hier habe ich das erste Mal auch ein bisschen mit Hintergrund-Infowissen ausgepackt, wo denn meine Oma herkam. Aber hier ist Clip 2. Und hier wird es dann... Ja. Ne, dann wird ich desynchronisiert oder irgend sowas. Ah, okay. So, jetzt... Oma Sharif 2.0 Ehhhhhhhhh Abdullah Abdallah Hat. Ehhh 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 aнения A Maine AAAAAAAAAAAAAH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH o aah Oh mein Go Buzz. Ich weiß gar nicht, ich werde dich mit meinem gut fallen. Ich werde mich voll zu machen, wenn du dann mit dir das Konzept trinkst. Oh, herrlich. Okay. Oh mein Gott. Passt auf, passt auf. Es wird noch einmal gesteigert in dem Video. Es gibt noch eine Lache, die das noch mehr toppt. Weil ich Ezehichels Blödsinn aufgegriffen habe. Moment, jetzt bin ich zu weit gegangen. Und ich finde gerade, Assassin's Creed 1, zumindest von meinen Projekten, ist etwas, das ist best of würdig. Also, wenn sich einer erbarmt und die Zeit hat, Zeit findet, gerne. Ja, da gibt es auch ein paar Parts, da kommt auch Past War vor. Aber, äh, Ezeh und Rick haben hier auch für die geilsten Lachanfälle gesorgt. Und deswegen, wir gehen jetzt gleich danach, wir gehen, gleich kommt, gleich kommt der, kommt die Szene mit Rick auch noch. Aber hier, hier, hier ist noch ein Highlight mit Ezehichel. Okay. Ich selbst überlegen. Gab's bei euch früher nie Erbsensuppe zu Hause? Wach! Warte, hier! Wieso ist die Ironie an dem Ganzen ist? Was denn? Meine Oma ist eigentlich ursprünglich aus dem Osten abgehauen! Und jetzt kommt, jetzt kommt der Wettbewerb! Und ihr, ihr, was war denn in den Koffern drin? Ernst! Hahahaha! 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 Ich glaube, wir müssen das irgendwie abbrechen. Das Geilste war halt echt, ich hab, ich hab beim Kommentieren, beim Spielen, ich hab Tränen geheult. Und ich habe einfach bei jedem Kampf irgendwie fünf Minuten länger gebraucht, als sonst, weil ich einfach nur doch scheiße gedrückt hab vor Lachen. Hahahaha! 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 Ich hab jetzt mal eine ernsthafte Frage an dich. Wie bist du denn damals auf diesen Mist eigentlich mit Oma Sharif und den Erbsen gekommen? Das ist mir bis heute nicht klar. Oma Sharif? Weil sich das als Kind irgendwie eingebrannt hat, obwohl ich von dem Gefühl gar nichts gesehen hab. Oh, da ist ja bei einem, äh, äh, Grand Monsieur von Hollywood entgangen, okay. Ja, hab ich schon öfters gehört, tatsächlich. Ja, und mit den Erbsen irgendwie, das ist... Ich glaub ich fand Erbsen halt immer schon, schon lustig irgendwie, zu den Begriffen. Und... Nicht so besonders, aber irgendwie... Begrifflich sind die ganz nett. Ja, und du warst dann auf dem Trip Sheraton LP, ne? Und dann haben wir das am besten, äh, eingeozzit. Das ist halt eine große Situation. Und Erbsen gehen halt immer. Kann man überall einfach... Warte jetzt auch, der... Der Plotist wär jetzt auch gewesen, deine Oma hieß Sharif. Hahahaha! Ja, das, äh... Ich merk grad, ich merk grad echt, Dave, wir müssen unbedingt auch mal was zusammen machen. Ja, ich glaub, die hab ich genauso Spaß. Hahahaha! 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 Ich erinnere immer wieder gerne an, der Bass muss beginnen. Hahahaha! Hahahaha! Weiß nicht, äh, Sacha, ob du die Szene kennst aus einer Podcast-Folge? Ich weiß grad nicht. Ich hab ja ein paar von euren, äh, Folgen beim Arbeiten nachgeholt. Ich kann auch sein, dass es mir entgangen ist. Während du unterrichtet hast? Nein, nein, als ich, als ich jetzt, äh, was ich euch vorhin gesagt hab, was im, äh, meinem Mono-Podcast vorkommt. Solo-Podcast. Ah! Da hab ich ihm, äh, beim, beim Arbeiten nebenher den Podcast laufen lassen. Kann sein, dass es... Sonst muss ich dir das mal nach der, äh, Aufnahme hier zeigen. Ich fand ja auf Team Teewurst auch gut. Hahahaha! Ach, Teewurst! Das war auch hellig. Ähm, auf jeden Fall, äh, dieser Running Gag, äh, der hat mich seitdem... glaub ich, in wirklich jedem Let's Play auch begleitet. Immer auf jeden Fall, wenn E.C. Hichel dabei war. Etwas später, äh, sagt E.C. Hichel auch noch so ein Quatsch wie, äh, äh, ähm, weil ich schon wieder, äh, Tränen geheult habe. Ich glaub zwei, drei Videos später. Äh, deswegen, ich sag's nochmal, ne? Best of muss her von diesem Projekt. Ähm, gerne auch, wenn einer von euch dafür Zeit hat. Ähm, äh, E.C. Hichel sagte irgendwie an dieser Stelle, also du heulst jetzt hier, ich sag jetzt mal gar nichts mehr und auch dieses, ich sag mal gar nichts mehr. Wisst ihr, das ist, wenn man, wenn man so harte Lachfleisch hintereinander hat, dann staut sich das alles so hart, da kann, da kann auch einer einfach nur sagen Himbeereis und ich muss immer, ja? Und, äh, pass auf, das Beste war dann, sagt E.C. Hichel einfach eigentlich nur so, so Brustzonderüberzeugung, so komplett simisch bis es, ja, also bis ich dir jetzt Taschentücher bringe nach Frankfurt, das dauert ja schon. Und dann sagt er noch, ja, ich hab hier so ein, äh, so ein, äh, Kiosk, da ist so ein Afghaner, da geh ich die Taschentücher immer kaufen. Hahaha. Die Story hatte ich ja auch in meinen, äh, Jahres, äh. Und das, genau, genau, pass auf. Weil, ich hab, ich sag dir jetzt deswegen, ich sag dir jetzt deswegen, weil wir schauen uns, äh, jetzt demnächst auch, ähm, einen Clip von Assassin's Creed 2 an. Und da hab ich genau dieses Thema wieder aufgegriffen. Und da hat E.C. Hichel natürlich, weil ja ein paar Jahre Abstand zwischen den Aufnahmen lagen, äh, uns um eine neue Information bereichert, ähm, dass dieser Kiosk einen Besitzer gewechselt hat. Ja, da ist jetzt ein Inder drin. Ja. Guck mal, du hast E.C. Hichel wieder kurz verhalten. Hahaha. 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 Nee, alles gut. Hahaha. Geht wirklich, Ete? Alles gut. Okay. Jetzt wieder Belebung gerade. Hahaha. Dass man natürlich auch über andere, stumpfsinnigere Sachen lachen kann, hat uns in diesem Projekt auch Rick bewiesen. Über KI-Aussetzer. Über KI-Aussetzer. Ja, klar. Ja, klar. Ich hoffe auf sehr viel Fachwissen. Das kommt jetzt. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Der Typ. Oh Gott. Hahaha. Warum ist der hinterhergelaufen, der hier rechts? Hahaha. Wieso? Hahaha. Authentischen Emotionen. Hahaha. Die KI ist so geil. Was glaubt ihr? Hahaha. Oh, scheiße. Hahaha. 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 Es hat da eben ne Backweite gegeben gerade. Hahaha. Hat's einfach an die abgeschützt. Hahaha. 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 Diese Lachen von weg. Hahaha. 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 Boah. Da bist du aber echt gestorben, ne? Hahaha. 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 Oh, Double-Shine. Ah ne, ich muss doch... Hahaha. 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 Das ist so geil, ey. Das könnte irgendwie Piranha-Bite sein. Hahaha. Hahaha. Nee, ich kenne mich. Es war auch immer derselbe. Dann kann man den Monotone spielen. Jaaaa! Ich hab direkt vor sein Auge eingetötet. Hahaha. Ah. Am geilsten fand ich, wo er nach rechts verschwunden ist aus dem Bildschirm und da auf einmal von links wieder rein. Ja, das war auch gut. Wie Char-Zahn, ey. Hahaha. Ich glaube an irgendjemand. Äh. Äh. Ja? Hast du den, äh... Hast du den einen Session Anfang da eigentlich auch noch drin ist? Superlich? Ne, hab ich jetzt leider nicht. Deswegen, ich sag's ja nochmal, ne? Äh, 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 best of würdig. Und was ich noch sagen wollte, an einer anderen Stelle, das ist auch sehr gut. Ähm, da, äh, das muss ich selbst überlegen. Da sagt Rick Und der guckt auf sein nicht vorhandenes Handy Weil der eine schaut so auf seine Hand drauf Und er spielt ja hier 1349 In Jerusalem Medieval Handy Sonst Den Part dafür Den hätte ich gefunden Ich finde das würde auch noch sehr gut reinpassen Okay Als Bonus machen wir das noch Im Nachhinein wenn wir mit allem durch sind Jawohl Aber Rick hat sowieso sehr schöne Lachanfälle Ich habe noch einen Weil parallel dazu lief God of War 3 Und zu dem Zeitpunkt dachte ich natürlich Oh das ist das letzte God of War Projekt Weil da wusste noch keiner Dass tatsächlich ein vierter Teil kommen würde Das war auch noch nicht angekündigt Zu dem Zeitpunkt Bei Ascension Der vierte Teil Ja von der Reihenfolge Aber ich habe ja die chronologische Reihenfolge gespielt Ich habe ja deswegen mit Ascension angefangen Weil das ist ja die Vorgeschichte zu allem Und God of War 3 war zu dem Zeitpunkt Im Prinzip das Finale Story Finale Und dass Rick Echt wegen Banalitäten So schön an die Decke gehen kann Das zeigt er uns jetzt noch in God of War 3 Ah geil Moment Kurzer Hintergrund ist Kampf ist gegen Herkules Und wir unterhalten uns kurz eigentlich darüber Wie sich Brüder Verfeindete Brüder in Antike und in Mythologie Und auch in Vorgeschichte Bekriegen könnten Oder konnten Ja Und darauf baut jetzt folgender Clip auf Erst mein Kommentar Und dann Ricks schöne Lachfleisch Will die abgeben So streiten sich Brüder Das ist ja schlimmer als keine Namen Ey das wäre auch mal geil So ein God of War spielt Mit der christlichen Mythologie Dass ein Bibel auch so vorkommt Du spielst dann so einen angepissten Jesus Scheiße ich habe zu witz gemacht Weil ich lachen musste gell Alter Ich wusste ich bin gestorben Weil ich lachen musste Scheiße Boah Boah Ah gut ab hier zu Jetzt als Kontrolle Das Schöne ist Ich fand es gar nicht so lustig Aber Rick hat sich da voll reingesteigert Mit dem Lachen Und Hat sich nicht mehr eingekriegt Und dann kommt auch noch so Später Ich habe mir das halt einfach Bildlich vorgestellt Und dann sagt er doch so Dann sagt er doch so Ja und wenn er die Gegner tötet Dann singt er dann Jesus Jesus Das wäre doch Mal interessant Oder vor 6 oder so Ich mag Glück Und wir machen Wir machen ein Hat-Trick-Fall Ich habe als einer meiner letzten Projekte Bevor ich ins Examen Ins erste Examen Sehr gestartet bin No More Heroes 1 Ins Exil Ins Exil Ja er war ja im Prinzip In Exil No More Heroes 1 Auch die Uncut-Fassung Let's Blade Ich sagte ja Suda51 Begleitet mich auch nochmal öfter Und auch hier Hat Rick Wegen was schönem stumpfsinnigen Mit dem Lachen angefangen Wobei er das diesmal Selbst etwas losgelöst hat Weil er Anstatt Kunden Ein anderes Wort verstanden hat Auf Indie-Bro Oh ja Hier und in etwa Hintergrund ist Ich muss Kunden Unlocken Zu einem Burgerladen In dem Wir Mit dem Controller Im Prinzip 5 gegen Willi spielen Suda51 Ich heiß Felix Möse So was muss ich jetzt machen Ich muss jetzt Die Reklammetafeln Was? Schade Tunnel Kostenschein Ich weiß gar nicht was machen soll Ich soll den Controller schütteln Jetzt Also das ist üblich Jeder bis der Hü Ja Alter ist das bescheuert Erstmal von dem Burgerladen Einen wanken Ich muss es auf gelb lassen Und darf nicht so viel in rot Hinein kommen Damit die Kunden kommen Die Kunden kommen Mein Zensun Sound Ja Der war vielleicht ja Vor allem Vor allem Dave Du musst den Controller echt so schütteln Aber du darfst auch nicht zu schnell schütteln Weil sonst geht es in den roten Bereich Da drüben Ganz im Ernst Was ist das für ein dämliches Minispiel bitte What the fuck Die sind alle so dämlich Weil in dem Im Fokus dieses Dieses Spiels Im Fokus dieses Spiels Steht ja eigentlich die Bosskämpfe Und Das ist ja typisch Suda51 Das nimmt sich ja selbst nicht ernst Also Die sind alle so bescheuert Bei No More Heroes 2 Hat es dann so gemacht Dass du Eine 16 Bit Version Von Google Maps spielst Und mit Top Down Perspektive Also es ist alles so schön herrlich blöd Das mag ich ja sowieso an Suda51 Das ist einfach so ein abgedrehtes Humor Und er selbst kommt ja auch immer mit einer Wrestlingmaske Zu jeder Pressekonferenz Also Der Juba hat Zahlen Habt ihr noch irgendwas Was ihr loswerden wollt Dave Du hast schon länger nichts mehr über Soundqualität gesagt Ja Das ist Man gewöhnt sich ja dran Auch an die Skype Qualität Aber weißt du Es ist ja Solange der Content stimmt Ist die Soundqualität ja nur die Hinsicht Aber ich bin ja am Upgraden Und ich bin ja auch lernfähig Das wisst ihr ja Und ich glaube Es ist sogar Lernfähig und lerbefähig Eins der letzten Videos Die wir uns auch anschauen Bevor dieses Mein erstes größeres Mikrofon jetzt kam Ich glaube wir nähern uns dem Ende der Headset Phase Ja Die Ära Headset ist vorbei James Headset Ja Genau Tatsächlich Das nächste ist schon mit diesem neuen Headset Aber Da war Die Einstellung noch nicht richtig Deswegen klingt es noch nicht so gut Nichtsdestotrotz Eins der letzten Projekte Weil Ich habe eigentlich Zwischen den Examen Nur geschafft No More Heroes Paradise Wenden Die Batman Arkham Origins Challenge Maps Jetzt erst vor kurzem Banjo 2 Batman Arkham Knight Und Assassin's Creed 2 Und wenn ich mal ganz kurz schaue Was eigentlich während der Examsjahre startete Waren das noch Dragon's Dogma Was ich noch pausiere Aber bald wiederholen werde Deus Ex Mine Can Divide Das war sehr lustig Das hatte fast 4 Jahre Aufnahmepause Aber nicht so viel Pause auf YouTube Weil ich ja immer vorproduziere Und als ich jetzt Eine der nächsten Parts Die jetzt bald kommen werden War meine erste Aufnahme Hier im Januar 2021 Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr Von der Story gehabt Also der Story schon Aber keine Ahnung mehr gehabt Von der Steuerung Man muss sich bedenken Wir haben ja vorhin gesprochen Wenn es nur ein paar Wochen Abstand sind Hat man schon Struggle Kannst du denken Wie ich durcheinander kam Mit 4 Jahren Abstand Dann Was auch startete Diddy Kong Racing als Together Ist aber auch pausiert Weil das ist Together Und Wegen Corona Kann ich diese Person Momentan auch nicht so unbedingt treffen Watch Dogs Habe ich auch immer mal Zwischendurch hochgeladen Werde ich jetzt auch bald Denke ich komplett fertig Hochladen können Weil es jetzt in den Daily Slot Gerutscht ist Und Da ist mir ein 4Par passiert Und deswegen Jetzt mal hier So Behind the Scenes Talk Bin ich ja dann Durch Rick Endlich auf OBS umgestiegen Bei Ich glaube 4 von 9 Parts Bei denen Rick dabei ist Hat mein Mikrofon nicht aufgenommen Weil ich auf die Fraps Einstellung nicht geachtet habe Und ich habe diese Parts Nach Sprechen müssen Ich wusste noch Ungefähr Das könnte auch echt lustig werden Ich wusste noch Ungefähr Worüber wir gesprochen haben Bei einigen Stellen Merkt man es nicht Weil da wirkt es echt Wie ein natürlicher Flow Bei anderen Ist es zwar Inhaltlich Beziehungsweise thematisch Alles richtig Ja Weil ich wusste Wie gesagt noch Ich habe es ja Kurz danach gemacht Ich wusste noch ungefähr Worüber wir gesprochen haben Aber Es gibt ja so Wenn du einen Dialog führst Einen natürlichen Dialog führst Einen natürlichen Flow Einen natural Flow Ich rede Rede Pause Rede Tempo Du redest Und so weiter Und dann natürlich Mit dem Artikulieren Wir unterbrechen uns Manchmal so gegenseitig Das wirkt An manchen Stellen Bös gekünstelt Weil ich dann nicht mehr wusste Oh scheiße Ich muss leise sein Rick sprichst Also Vier Die Vier Parts Die ersten vier Parts In denen jetzt Rick Wieder vorkommen wird Da musste ich Ein bisschen nachhelfen Ich habe nämlich Nur einen Teil Der Tonspur retten können God of War Startete auch Zwischen den Exams Habe ich jetzt Noch Vier oder fünf Videos Also wenn das hier Online ist Kann sein Dass es schon Fertig hochgeladen ist Weil ich Wie ich ja vorhin schon mal sagte Alles mögliche Anschauen will Entdecken will War ja auch Ein Blind Run Und ich wollte auch Unbedingt Als ich dann Die erste getötet hatte Kam ich auf den Geschmack Ich wollte unbedingt Alle Valkyren besiegen Ist mir auch gelungen In dem Let's Play Ich habe Nur drei Parts Weil ich es eigentlich Angeteasert hatte Ich hatte noch nicht festgelegt Ob es wirklich Ein Projekt werden sollte Legend of Zelda Skyward Sword Mal hochgeladen Aber wirklich Nur angeteasert Drei Parts Ich habe es noch nicht Weiter aufgenommen Und ich denke mir Ich werde es erst Mit dem Switch Release Weiter machen Ja ich werde es Auf der Switch weiterspielen Weil ich habe kein Last mehr dauernd In die Fresse zu hauen Genauso eins Was ich auch angeteasert hatte Aber das werde ich dann irgendwann Das werde ich wahrscheinlich Nach Watch Dogs weitermachen Ist Red Dead Redemption 2 Weil ich habe tatsächlich Durch die Exams Ja recht Ich muss ein paar Spiele auch noch nachholen Dieses Spiel Bis auf Prolog Und die erste Hälfte Bis zum zweiten Kapitel Gar nicht weitergespielt Also es ist für mich Auch noch komplett Neuland Mario Party 3 Habe ich noch Ein Brettspiel hochzuladen Das ist lustig Ich hatte nämlich Lange Zeit Die Mario Party Projekte Immer nur so nebenher Dass ich alle paar Monate Mal ein Brett hochgeladen habe Und dann Das erste Quasi neuere Projekt Wenn man so will Das haben wir Letztes Jahr gestartet Im Sommer Das ist Super Mario Galaxy 2 Das ist ja das Projekt Was ich auch immer Als Stream Quasi vorproduziere Ich werde noch Ein Infovideo raushauen Es gibt einen festen Streamplan Ab Nächster Woche Glaube ich Und dann wird es Auch regelmäßig Mario Galaxy 2 geben Kann ich übrigens noch Empfehlen Wir schauen uns da Auch noch ein Clip Nachher zu an Das ist so quasi Mein aktuellster Stand So was Qualität Und Slash Niveau betrifft Da haben auch Etze Hichel und Rick Schon ein paar Mal mit Kommentiert Dann natürlich Batman Return to Arkham Asylum Ist gerade aktuell Auch am Laufen Das ist schon fertig im Kasten Genauso wie die ganzen Challenge Karten Zu Arkham Knight Sehr viele Projekte Wenn man es aber Jetzt mal hochrechnet Ah ja Und Shin Megami Tensei Persona 3 FES Das ist auch ein ganz neues Das habe ich im November Erst angefangen Wenn man es jetzt mal Hochrechnet Sind es aber eigentlich Mit den Ohne die pausierten Sachen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Naja Fünfeinhalb bis sechs Projekte Eigentlich überschaubar Ich hatte schon mal viel mehr Betretenes Schweigen Ja ich mache das halt Ich produziere halt immer viel Im Voraus Und versuche das Ein bisschen abwechslungsreich Hochzuladen Weil Also ich habe Beispielsweise die Parts Von Watch Dogs Mit mir Die sind glaube ich Auch nicht hochgeladen Noch nicht hochgeladen Die sind halt vom letzten Jahr März Richtig Richtig Die sind Die haben wir Die haben wir tatsächlich In der ersten Lockdown Woche Aufgenommen Genau Oh ja Ich habe es hier noch stehen Rick dieses neue Virus Erzähl doch mal Nein weißt du was lustig ist Weißt du was lustig ist Ein paar der Sachen Die wir da sagen Sind eigentlich Durch Die aktuelle Situation Brandaktuelles Magst du gar nicht glauben Ja Dass ich so viel vorproduziere Merkt man auch bei anderen Projekten Ich habe glaube ich God of War 3 Habe ich 2016 hochgeladen Und wir Reden über Filme Die 2014 rauskommen werden Werden Gut Ja Also Soviel zum Thema Was ist aktuell Was kommt Wie gesagt Batman Return to Arkham Wenn ich mal echt so Zeit hatte Und das war ja bei Return to Arkham Dann war das halt auch Wirklich scheiß brandaktuell Weil ich Bis November fertig aufgenommen Das ist maximal Vielleicht jetzt Bis das Online ist Ein halbes Jahr Puff war Okay Das ist im Prinzip Mein kompletter YouTube-Verdigan Alle Projekte Jetzt haben wir noch Ein, zwei Clips Und dann sind wir sogar schon Bei der FAQ-Runde Oder dann Wenn ihr noch Generell auch was Loswerden wollt Oder wissen wollt Ja Wer bin ich Wenn ja Wie viele Dave Da sind wir wieder Der Richard Der David Genau Okay Ah übrigens Ich kann dir echt Dieses Buch nur empfehlen Was ich auch mal In deinem Ich glaube In deinem vorletzten Amher-Special Bei Vlog Dave Erwähnt habe Zum Thema Ethik und Philosophie Ismail Das ist ein richtig Gutes Buch Es ist aus der Sicht Von einem Mann geschrieben Der einen Gorilla trifft Der eigentlich Hinter einem Glaskirchen sitzt Und die unterhalten sich Per Gedankensprache Das ist das einzige Übernatürliche Ja, aber der Gorilla Versucht ihm Anhand der menschlichen Geschichte Den Sinn des Lebens Zu erklären Und das fand ich Sehr interessant Aha Das haben wir auch Von David Quinn Ja Das haben wir auch In der Oberstufe behandelt War richtig gut Also das hat auch Zu denken gegeben Ich sagte ja Das ist einfach zu lesen Aber schwer runterzuschlucken Hard to swallow Um mal wieder bei diesem Wie war das mit Den Englizismen zu bleiben Okay Ah Wir greifen den Running Gag Von den EZH auf Mein erster Testdurchlauf Mit dem neuen Mikrofon Mein erster Testdurchlauf Mit einem nicht Headset Mikrofon Da war wie gesagt Die Qualität Die Betrachtung noch nicht Optimal eingestellt Aber dann bei Mario Galaxy 2 Aber gehen wir erstmal Zu Assassin's Creed 2 Das war auch nur Bei der ersten Session So Mit diesem Mikrofon Weil ich hab immer Zwischen Sessions Immer versucht Was anzupassen Und wie gesagt Es wird jetzt Der Running Gag Aufgegriffen EZH und sein Kiosk Mit den Tastatüten Ja gut Komm Lass uns ab hier So jetzt muss ich erstmal Das war auch Bisschen nervig Jetzt muss ich erstmal Dafür sorgen Dass ich nicht gesucht werde Ich hab ja so ein Wanted oben Was ich sagen wollte Du bist genauso gut Du hast hier so In den älteren Teilen In einem Video erzählt Dass du bei einem Afghanen Der einen Kiosk Bei dir gegenüber leitet Über einen Taschentücher Einkaufen gehst Was? Ja Das war bei irgendeinem Teil Da war ich so übelst Am weg Dann hab ich gesagt Ich hab schon Tränen in den Augen Dann meintest du nur so Ja bei mir hier gegenüber Gibt's einen kleinen Kiosk Da ist ein Afghanen drin Der verkauft immer Taschentücher Achso ja Der Kiosk Der ist aber nicht mehr da drin Der ist jetzt ein anderer Ich glaub jetzt ist es ein Inder Und jetzt ist genau über das Über das Wenn man zuerst nicht sagt Hör doch mal auf zu reden Das ist das was wir vorhin gesagt haben Mit dem Himbeereis Dann ist die Anspannung Schon so groß Und dann macht der Kerl weiter Da fällt mir auch noch ein klassischer Spruch ein In der Tat Aber weiß man was der Inder tat Ja Er ist genauso wie der Inder in der Inderin Also In der Tat Wobei ich muss mal sagen Am Anfang hab ich das echt immer nur gedacht Das ist so überspitzt Parodiert auch von der Popkultur von Medien Wenn Inder Englisch sprechen Bis ich es einmal live selbst erleben durfte 2004 war es glaube ich War mit meiner Mutter in Paris Ich hab natürlich versucht meine Französischkenntnisse Ein bisschen zu schulen Hab auch im Prinzip die meiste Zeit Französisch gesprochen Wir wollten zum Eiffelturm Und vor mir Stand so typisch Jetzt wirklich Klischee Eine sechsköpfige indische Familie Und du kannst ja den Eiffelturm entweder stufenweise hochgehen Das dauert natürlich Weil es sind ja sehr sehr viele Stufen Oder du kannst ein Ticket kaufen für Fahrstuhl Und dann kannst du je nachdem Welche Preislage lässt er dich dann entweder Im Mittelteil raus Oder du kannst bis nach oben zur Spitze fahren Und dieser Mann Wollte sich nach den Preisen erkundigen Ob es Familienrabatt gibt Ob es Unterschiede gibt Für Erwachsenen- und Kindertickets Und man muss dazu sagen Also Französisch ist eigentlich ein lustiges Völkchen Aber tun sich ein bisschen schwer damit Fremdsprachen zu lernen Und wenn sie lernen Englisch ist auch nicht unbedingt ihre Lieblingssprache Dann muss man aber versuchen Es langsam und wenn möglich Was natürlich auch nicht jedem gegeben ist Akzentfrei zu sprechen Aber Inder haben nun mal einen harten Englischen Akzent beim Reden Und Ich dachte da endet der Satz jetzt In der Haaren einfach eine Achso Oh nee Das ist so ein richtiger Rick-Humor So Genau Guter Hashtag auf Twitter habe ich gehört Gut Gegenstück Du hast übrigens gar nicht Ich habe einmal einen gepostet Also gar nicht darauf reagiert Das war irgendwie Da hat da einer geschrieben Wie nennt man den BH einer Meerjungfrau? Algebra So Ich wurde so an mich halten Ich habe dir natürlich dann irgendwie ein bisschen versucht zu helfen Damit wir weitergehen Weil ich wollte auch hoch Ich wollte noch hoch bevor Sonnenuntergang geheißen und alles Aber es war so lustig Deswegen seitdem weiß ich Es ist nicht alles Klischees Es ist nicht alles Parodie Es ist zum Teil auch Realität Und dann Ich hätte gedacht Dass die Geschichte ganz anders verlaufen würde Ja Und dass sie gar nicht erst in Frankreich spielt Sondern irgendwie so ein Microsoft-Mitarbeiter An der Hotline oder so Wenn die irgendein Problem hat Das würde die Geschichte dann nicht im Jahr 2004 Sondern dann vielleicht im Jahr 2010 oder 20 sogar sein Hallo, das ist ARS Mein Name ist Steve Robertson Can I help you today? Ja, genau Herrlich Tatsächlich, ich hatte in der einen Examsklasse Von der ich auch in dem Podcast auch erzählt habe Die Szene, mit denen ich ins Englische Examen gegangen bin Da war auch ein Inder drin War eigentlich einer meiner Leistungsträger Der sprach Ja, doch ziemlich akzentfreies Standardisiertes Schulenglisch Und wenn er mich aber anpissen wollte Dann hat er natürlich immer so geredet Und dabei seinen Kopf gewackelt Ich komme rein in die Klasse Und sage Namaste, my favorite English teacher How are you doing today? Oh, such a lovely day Dann gab es noch eine schöne Diskussion mit ihm Am Ende, ob es eine Eins oder eine Zwei wird Egal, das ist was anderes Ja, kommen wir mal in die Gegenwart Also, ein aktuelles Projekt Da habe ich noch ein Clip dabei Liebe Kinder, geht von Nacht Ich habe euch das mitgebracht Wir schauen uns aus derselben Folge Zwei kleine Parts an Die sind sogar ziemlich meta Muss ich sogar sagen Weil Rick nämlich herging Und für extra Lachflächs Innerhalb von einem Lachflächs sorgen wollte Indem er alte Lachflächs von mir abspielt Für wen das jetzt zu verwirrend war Watch and learn Machst du es aber an? Ach das ja Weitere mal, weitere mal Gleich geht es wieder ein schönes Lachflächs Erst von Rick und dann von mir Aber wie du da quasi schon am Anlachen bist Wie der da abgegangen ist Das ist so Anticipation Und dann lieber das Helmut Pfeifen Oder Ficken, ne? Ja Ja A نہیں O nature explodiert Alle A Oh man. Oh man. Die stehen halt wieder unten und sagen, das macht so gut. Und der Tüfer wird einfach eingeschissen. Und Körb springt einfach zweimal in die Lava. Ich konnte mich nicht... Ich musste nur lachen. Ich hatte wieder Tränen in den Augen. Ich musste nur lachen. Was? Ist aber so ähnlich wie vorhin gewesen, wo du so angelacht hast erst. Und dann hinterher so richtig ausgebrochen bist. Muss man darauf achten, wenn irgendwo Edmund Stolper spricht oder so. Am Anfang ist immer so eine ganz normale Stimmlage und so. Eine ganz normale Lautstärke. 5-6 Sätzen spätestens... Und vor allen Dingen... Flughafen Franz Josef Stolhaus. Genau. Ich wollte gerade sagen... Und vor allen Dingen keine Sätze werden dann nur noch zusammenhängen bei ihm. Ja, wenn sie in München vom Flughafen, dann hauen sie mit dem Transrapi 10 Minuten. Nö, das steigt dann auch so. Oh, yeah. Da geht die Dezibel aber schon mal gerne in die Dachluke. Weil das ja klar ist. Aus derselben Folge... Rick hat es natürlich gerne dann auch mal in die Höhe versucht zu treiben. Ich bin glaube ich auch darüber auch nochmal auf Nefretiti aufmerksam geworden. Weil er das auch reingestreut hat. Der hat nämlich irgendwann nicht mehr mitkommentiert, sondern einfach einen Clip nach dem anderen abgespielt. Und jetzt wird es richtig meta, jetzt wird es richtig meta, weil jetzt hat Rick nämlich einen Clip von meinem Kanal über EC Hichel abgespielt. Und wir haben ihn vorhin nämlich auch schon gehört, was ihr jetzt nochmal hören werdet. Das war nicht. Okay. Aber jetzt ist irgendwas abgebrochen. Ach, jetzt ist irgendwas abgebrochen. Ach, jetzt geht's. Hast du's? Ja, da. Ach, das ist's. Mach das einfach. Ich wusste meine Erbsen, Mensch. Wir bringen die Scheiße zurück. Jetzt seid aber um! Jetzt seid aber um! Nein, Alter! Ich war gar... Alter, die hat aber grad ein bisschen bedrückt gefuckt. Nein! Ah, nein! Ah! Das ist Gurgeliger. Also was für ihr... Guck wie die Schleifte kommt! Ah! 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 Das kommt ja schon sehr nah an den Lachboden. Flasch von GTA 5 an. Was ihr hier gerade eben erleben durftet, ist hier Kirbyception, ne? Ich lache über ein Video von mir, das über ein Video von mir lacht, ja? Ich glaube fast bis zum Ende dieses Parts, das sind noch weitere 10 Minuten, dann bin ich nur noch am wegschmeißen von nach dem Ball. Dann macht er das an mit dem holländischen Moderator, der dann sich über die Fistelstimme von dem anderen kaputt macht. Dann macht er an hier euer Cards Against Humanity, dann macht er an Nefretiti und Kevin allein. Also es geht nur so in diesem Part. Der Rick, der Rick, das ist schon ein Schlawiner hier. Cards Against Humanity wäre auch mal wieder eine Maßnahme eigentlich. Ja. Aber bevor ich sie töte, Mr. Bond, will ich ihnen noch ein Video von Tito zeigen. Das Beste war auch, muss ich ihnen Gefühle zeigen, ne? Also komm mal her, dann umhabe ich dich. Oder mein Favorit ist aber immer noch, aber bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen Peter Zweger zeigen. Also Eze, diese Playlist von Rick, die kann ich dir nur empfehlen, die heißt Super Lachflash. Auch so schön mit dem allerersten Beitrag, weil das glaube ich nur mit dem, beinahe ist ein Mord in der Anstalt passiert oder sowas, ne? Mit dem, ja, mit Laszlo, genau. Der hat ja auch so einen schönen Ostdialekt. Oder, 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 ach so, Thema Ostdialekt, muss ich mal ganz kurz über Starscream reden, ne? Der kommt ja aus Leipzig und wir haben ihn damals auch tatsächlich gefragt, was er hier arbeitet, ne? Er ist ja auch Altenpfleger, ne? Und er hat auch gesagt in irgendeinem, ich glaube es war sogar in einem Livestream, so, Ja, heute müsste ich mal aufbeißen, weil da immer wieder verwatzgefüllt ist, aber schnell handtun, denk ich schon. Ach ja, die guten alten Tricks aus der Pflege. Ja, ist halt so. Ich musste, als er das erzählt hat damals, musste ich auch an meine, ähm, das erste Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, hab für den Führerschein dran denken. Ähm, da hatte ich irgendwie so einen Typen, äh, bei mir im Kurs, der war schon so um die Mitte 40, der hat echt so ein paar derbe Sprüche rausgehauen, vor allem auch mit Genève-Helsisch, ja? Und, äh, da wurden dann immer so Bilder gezeigt, ne? Da sollte man immer so, so Erstimpuls geben, wie würden sie hier an dieser Stelle handeln? Und, äh, da war eine, äh, Szene abgebildet, da hatte sich der Saum der Hose von einem Opa, ähm, beim Verlassen von einer Rolltreppe, ähm, unter das Winde verhakt, ja? Und hat, äh, quasi die Hose runter, äh, nicht ihm die Hose runtergezogen, sondern ihn komplett mitgerissen. Und der Opa war gerade im Begriff am Vorwärtsfallen. Und dann hat er, ähm, äh, Leiter gefragt, wie würden sie hier reagieren? Er sagte, Erklärung für die, Erklärung für die Nicht-Hessen, Hibdebach, Triebdebach, ist eigentlich immer, ähm, die Standposition, äh, von der aus man auf, äh, den Main in Frankfurt schaut. Von welchem, von welcher Uferseite? Hibdebach heißt hier auf der, Hibdebach heißt hier auf der Seite vom Fluss, also Hibdebach, ja, hier neben dem Bach. Und Triebdebach ist drüben. Lange Zeit haben wir immer gesagt, äh, der Stadtteil Sachsenhausen, weil den, von dem aus kannst du von der City rein, äh, äh, drauf gucken. Sachsenhausen, das ist Hibdebach und City ist Triebdebach. Aber mittlerweile ist die Ansicht einfach, so wie ist deine POV, also stehst du, auf welcher Seite stehst du, die Seite ist Hibdebach und die andere ist Triebdebach. Also... Kannst du bitte einen YouTube-Kanal machen, wo du einfach nur Hessen erzählst? Äh, wir können gerne ein, äh, Special-Video bei dir machen, ne? Also... Ja, ja, das sowieso. Und dann auch so schön die Unterschiede mit, äh, Südhessen und Nordhessen, weil, äh, auch hier an dieser Stelle nochmal erklärt, die Nordhessen haben einen Buchstaben mehr im Alphabet, R. Und, äh, tatsächlich, wir sagen, wir sagen, guck, das ist auch so ein Unterschied, ne? Wir sind das bequemmere Volk, wir haben ein bisschen mehr Zeit mit der Bedohnung und, äh, wir sagen Gude, ja? Ja? Und der Nordhessen, so ab Baunatalhöhe, die sagen, Ouh! Wo kommt das Ei eigentlich davor her? Ich weiß... Die haben schon zu viel Äppelweih getrunken. Ne, das sind ja, Äppelweih, das sind mir... Ähh, ein echt guter Äppelweih, das kommt aus Frankfurt, mit der jährigen. Oh, das stimmt. Obwohl, obwohl Mainz hat auch gute Äppelweihhersteller. Noch nie gehabt? 2018 habe ich ja mal einen getrunken. Also es war, ich hatte danach ein bisschen trockenen Mund danach, war schon gut sauer. Ihr habt ja wahrscheinlich nur die gepanschte Brühe geschucken, die in anderen Bundesländern als Apfelwein verkauft wird. Nee, nee, ich war ja 2018 in Frankfurt. Achso, hättest du auch so gesagt. Was hast du da denn gemacht? Na, da war ich ja bei einer bestimmten Person für eine Woche. Achso, Frage. Das war in der Woche, wo war der noch bei Alinas 18. Mann. Rick, Frage. Hast du den Pur süß oder gespritzt getrunken? Ähm, das weiß ich gar nicht. Also der echte Frankfurter, der ist, der Hess trinkt den Pur. Also, ohne alles. Was heißt denn Pur? Pur heißt einfach Pur. Abenteuerland. Der war ziemlich sauer, von daher da war jetzt ja nicht irgendwie Cola oder so drin, sondern das war nur... Nee, Cola wird sowieso nicht reingegassen. Dann gibt es noch Pur, äh, gibt es noch gespritzt, da kommt Mineralwasser rein und, äh, äh, süß ist halt, äh, Apfelsaft rein. Apfelsaft. Nee, den hatte ich den Pur. Den hatte ich den Pur in der Frankfurter Kneipe. Okay. Einfach Cola mit Rotwein trinken, hast du keinen Mushi. Also, also, Beste, hier, ich mach Werbung für meine Heimatstadt, äh, Beste Appleboy trinkt man, äh, im Restaurant bei der Frau Rausche. Das heißt, Restaurant heißt so, äh, steht tatsächlich auch in der Klappe, und danach, äh, äh, es gibt ein, ein hessisches Lied, ja? Das geht auch. Die Frau Rausche aus die Klappe Gas, die hat, äh, Boil am Ei, ob des vom Rausche, ob zum Ahle kippt, des klärt die Polizei. Also, äh, Ja, können wir gerne mal hin. Da gibt's den besten, äh, Appleboy. Ja, also, ich lade euch gerne ein, nehmt uns mal mit. Ich lade euch gerne ein, äh, wenn die Pandemie rum ist, und dann machen wir da drüber. Sehr gerne. Ich hab neulich übrigens auch einen, einen Rage auf, auf, auf Twitter gebracht. Ich hab erst angefangen, auf Hochdeutsch zu schreiben, und hab gesagt, also, wenn man sich das so anliest, da könntest du dir als Frankfurter nur ein Appleboy-Nike gebe, wochenlang, dass du unten noch Wasser rausziehst oder sowas. Ich sag's ja, wenn ich im Rage-Modus erfahre, wird's hessisch. Okay, wir sind auf jeden Fall am Ende meiner Rückblick angekommen. Ähm, das ist mein bisheriger Werdegang. Dave hat natürlich immer noch was an der Audioqualität auszusetzen. Ach, sie ist, hallo, perfekt. Nein, ähm, ich weiß selbst, dass sie nicht perfekt ist. Sie ist, äh, ich hab ja sehr viel auch durchprobiert, ne, wie es auch, äh, Rick, äh, passend formuliert hat. Ähm, ähm, hab ja jetzt auch ein, äh, größeres Mikrofon. Eigentlich nicht mehr Headset, also, auch wenn ich jetzt hier ein Headset aufhabe, die Qualität hier, äh, in Ormut ist super, aber ich verwende nicht mehr dieses, na, da ist es, dieses Mikrofon. Ähm, es geht, glaub ich, auch gar nicht mehr. Das ist, glaub ich, kaputt. Ist innen drin, innen drin ein Knick oder irgendwas gerissen, keine Ahnung. Ähm, aber, äh, dank Rick wird es in Belde noch ein Upgrade geben. Ähm, jawohl. Aber aufgrund meiner, auf meine, auf meine, ja, genau, dann muss ich aber auch noch so ein bisschen Berlinern, ne, Titte. Ähm, Machst du einfach ein bisschen Watt, weißt du, und dann geht das. Was holst du dir denn? Ich hab komplett sein Equipment. Äh, es ist bestellt, es ist unterwegs, in zwei bis drei Wochen ist alles hier. Äh, ich muss mir da auch noch was holen, glaub ich, hier den, den Verstärker da. Ich glaub, ich glaube, äh, wir haben drüber nochmal gestern gesprochen, äh, du könntest EC Hieschel wahrscheinlich auch nochmal eine Kaufberatung machen für seine Bedürfnisse. Jo, genau. Dann frag aber mal nach irgendwie Gruppenrabatt oder so. Also in Kreisen, aus denen ich komme, heißt das dann Schullizenz, ja. Aber, Davin, wie viel meinst du denn Vorverstärker? Äh, ja, hier den, ach, wie heißt denn das Ding, wo wir letztens schon drüber gesprochen hatten? Cloudlifter, meinst du? Ja, ich glaube. Für einen T1A ist das ja nicht für dich notwendig, weil das Ding ist ja für dynamische Mikrofone, damit die mehr Gain und Lautstärker haben. Ja, aber da hat, was war denn das eine Ding, die sich da noch... Meinst du das Preamp mit den Effekten und so und Kompressor und so? Ja. Da könntest du mir nochmal einen Link zu schicken, genau. Bevor es, bevor es jetzt hier zur Technik wird, ähm, wir wollen natürlich noch einen, äh, ein Teil einbauen. Das FFQ-Special steht jetzt noch an. Jawohl. Aber erst mal habt ihr noch irgendwas zu sagen generell, irgendwas, was ihr loswerden wollt, so rückblickend. Also am geilsten fand ich elf Jahre mit Abstand, mit Abstand einfach die Sessions mit mir, die waren, also, wow, die waren herausragend. Aber muss ich schon sagen, Erbsen, ganz okay, ist halt. Das ist so ein IE-Made. Das weißt du aber nicht. Aber man, man hat schon echt guten Eindruck so bekommen von dir. Also du bestehst so zu 90% aus lautem Gelache und, äh, was aber schön ist, was mir auch aufgefallen ist, so, äh, als ich mal so ein bisschen meine Playlist durchgegangen bin, also, ich hatte auch die einen oder anderen Momente, wo ich, äh, frustriert war vom Spiel, wenn es zu schwer wurde. Aber in, äh, gefühlt 90% der Fälle, äh, bin ich, ich bin kein Rage-Youtuber. Ich bin auch einer, keiner der raged. Ich fange an zu lachen. Ich habe auch über die Fails gelacht. Ja? Äh, das fing schon an, deswegen habe ich, äh, diesen Clip gewählt, da bei, äh, Donkey Kong Jungle Beat mit diesem Boss, weil ich einfach nur lache. Und dann, ich gehe jetzt ein Trinken, ja, also. Aber, ob ich das so einhalten werde, ich sage, nach dem FHQs, wenn es nicht über den Fragen auftaucht, nur ein bisschen was über Sachen, die geplant sind, weil vielleicht wird man mich doch noch mal Rage erleben dieses Jahr. Ich dachte, du switchst jetzt um, so von Lachen zu Heulen. Du heulst dann immer nur noch. Ja, das hat er auch schon oft genug gemacht, aber vor Lachen. Äh, habe sie ungefähr gleichermaßen aufgesplittet. 41. 41. 41. 41. 41. Ja, das fand ich echt geil, dass da 42 rauskam. Äh, habe sie ungefähr gleichermaßen aufgesplittet. Ähm, Rick, Dave und Eze haben jetzt die Ehre. Sorry, äh, Körb, eine Sache. Wolltest du das jetzt noch machen, das FHQ-Special? Ja, das geht schnell. Ich würde mich gerne jetzt trotzdem verabschieden. Okay. Weil ich muss echt früh raus morgen. Okay. Ja, gut, ähm, dann ziehen wir das jetzt noch durch, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ihr könnt uns ja meine Fragen einfach Hälfte, Hälfte. Ja, dann teilt ihr euch auf. Ihr habt ja alle das Dokument bekommen. Jo. Mhm. Dann. Das wird mir dann echt gut später. Alles klar. Gut, dann erstmal danke, Eze, dass du an dieser Stelle dabei warst. Du hast ja sowieso deinen größten Part auch geleistet, weil du warst, glaube ich, am meisten in diesen ganzen Gastvideos vertreten, weil ich dich aber natürlich auch am längsten kenne. Muss man natürlich auch dazu sagen. Das trickt ja damit auch so zu bei.